Jetzt geben wir voll Gas, zocken mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Warum ich jetzt schon hier bin, ich dachte, ich wollte gerade auf die Zeit gucken, ich nehme schon auf, ich nehme aber nicht auf. Wir machen das jetzt so, hier waren ein paar Fallen, ein paar Gegner, die habe ich alle ausgenutzt, oben war ein Granatwerfer, wo ich die gebumst habe, eine kleine Klippe, über die ich gegangen bin und vorher sind wir noch ein bisschen übers Wasser gesprungen, da wo wir angefangen, die Aufnahme beendet wurde. Und kurz danach war halt das abgestürzte Flugzeug, da haben wir die Karte draus geborgen, haben es gerade so raus geschafft, dann kamen nochmal wieder ein, zwei Wellengegner, dann sind wir halt hier gewesen mit den Fallen und ja, ich hoffe, ihr seht jetzt mal nach, ich könnte mich da schon wieder, ich weiß aber warum, ich hatte schon irgendwie die Aufnahme gestartet, auf irgendwelchen Gründen habe ich sie abgebrochen und dann habe ich es einfach vergessen, wieder anzumachen. Das darf doch nicht wahr sein. Und der erste Teil ist halt wirklich nur Intro, also, ja, kurz bevor ich auf X drücke. Und dann habe ich hier nur gesagt, das ist so das erste, was mir prägnant hier, prägnant, prägnant, ja, im Kopf blieb von Playstation 3 von dem Spiel. Da habe ich es ja als erstes drauf gespielt und genau hier ist mir aufgefallen, oh, guck mal, bei welcher Minutenanzahl sind wir. Weil ich ja immer versuchen will, 20 Minuten folgen circa von Uncharted zu machen. Ja, da habe ich gesehen, leuchtet nichts. Also nehme ich nichts auf. Na ja, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn nicht, ich kann es nicht ändern. Ich ärgere mich selber dann, glaube ich, mehr drüber als ihr. Ja, na ja. Gibt es Schlimmeres. Denke ich. Ärgert mich trotzdem, weil es eine Folge verschwendet, wenn man so will. Für euch und für mich. Wie kriege ich die kaputt? Ach, hier muss ich wieder raus, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, okay. Doch. Was gut ist, aber auch schwierig, dass man daran denken muss, wenn ich fallen lassen sage, dann muss ich nicht noch eine Taste drücken. Bei vielen Spielen musst du noch eine Taste drücken. Hier fängt er sich eigentlich selber. Äh, ja. Oh, nein, 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 nein. So. Ich muss durchs Fenster springen. Wow. Ja gut. Ja gut, das hält mich aus. Easy. Easy. Eine Uzi. Ja, nehme ich lieber mit. Oder wie viel Schuss habe ich hier? Äh, ich nehme lieber das mit, weil ich glaube, 40 Schuss von der Pistole ist es präziser als 40 von der Uzi. Ist jetzt so meine... So. Hallo. Äh. Was trifft mich denn jetzt hier noch? Ja. 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 Ja, das ist gut. Ja. Das war eigentlich Kopf, oder? Ja. 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 Oh, die Acker hingeflogen ist, Alter. Nee, ich will die Uzi nicht, ich hab immer noch die Uzi, wo ist die Pistole? Ach, super. Genau was ich brauchte. Ja, ja. So. Da ist er! Oh, der hat die Granate und zwei Schüsse von mir überlegt. Über mir, glaub ich. Oh, man. Oh, man. Ja. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Was ist ihm denn? Fülle mir diese Bratialkombo noch anzeigen. Ah! Na toll! Okay. Schönen flying, flying fist, oder? Ich will keine Uzi. Ich will keine Uzi. Ich will keine Uzi. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein. Ja gut, das hat man ja rein theoretisch schon von hinten erkannt, oder? Oder was? Eigentlich schon von hinten, wo er geguckt hat, erkannt, dass da nichts mehr dran hängt. Warte mal, warte mal, warte mal, muss ich da rüber? Ich glaube, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Gutes Material sammeln, Allah. Hallo? Äh... Buca Pinto! Siabaini, Gitarra Tijara. Siabaino! Te patan Buca Pinto! Ah, dai! Ha, ha, ha! Es klappt! Da ist er oben! Los, an's entgehen! Nicht gut. Hat wohl nicht so geklappt. Oh, ja. Ich sehe gezwungen. Ja, ich habe das ganze Zeit, das reicht nicht, ne? Ist klar. Kein Ein, oder? Auf. Ah. Eich hab. Weg's schritten! Aus. IR. Auf. Ich hab. Kiert. Wart. Wart. Huch. Wart. so und jetzt geht es ja nicht weiter das ist jetzt herunter weiß ich nicht die mal jetzt das stimmt okay das ist ja lame okay 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 ja muss den alten weg wieder zurückgehen oder ich kann ja nicht hier runter das geht nicht okay 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 Ohi, ein dicker Knöpfe. eigentlich getroffen doch getroffen also ich treffe eigentlich immer so aber anscheinend wird das anders gesehen hier müsste mal ein klempner vorbeischauen verdammter mist wo kommen die alle her dann habe ich erwischt ja wenn ich mir das schon vorstelle ich weiß ja wie es ist ich habe es ja bis auf den allerer höchsten glaube ich habe ich ja schon den vorletzten gemacht und der wald so frustrierend an bei jedem anschautet gibt da stellen noch ja ja Ah, bis dann. Ah, cool, beim Vorstehen. Einen Zack, so. Oh nein. 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 Oh nein.